Europa Universalis 4 Pause, oder? Ist es nicht mehr? Keine Ahnung. Okay, dann halt nicht. Die sind immer noch da unten. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Wir müssen nur aufpassen, dass hier nicht der Franzose rübersetzt. Das könnte ja auch noch sein. Die Leertaste will er irgendwie nicht machen. Weiß ich nicht, aber eigentlich ist das die Pause. Das war jetzt ein Friedensangebot von Frankreich. Ablehnen. Recruit eine Reserve. Hier hoch ist eine Kriegsmüdigkeit. Ne, da. Ich glaube, wir nehmen das und setzen es auch noch selber einmal runter. Können wir hier noch Maßnahmen ergreifen? Ja, machen wir auch. Und wir könnten sogar was bauen. Okay, das haben wir dann geschafft wohl. Die politische Karte an. 20 Cent. Was haben wir hier? Eine Werkstatt. 19. Hier haben wir Docks. Die bringen uns hier Sachschwamenseeleute. Der Markt. Einfluss. Kennt. Ärmelkanal, ne? 1,3. Nein, machen wir momentan nicht. Und ich glaube, dass wir das Geld zur Zeit brauchen. Ja, warum die Leertaste jetzt nicht aktuell funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber ist so. Die laufen da hoch, die drei. Wenn wir die da frei hätten, wäre nicht schlecht, ne? So. Okay. Dann gehen wir da mal hoch. Die besitzen noch, wollen noch London besitzen. Wir haben es gerade ein bisschen positiv jetzt hier. Das ist besetzt. Das geht nur über Schiff. Okay, ist aber auch nicht schlimm. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir da weiterkommen. Haben wir denn hier einen Anspruch drauf? Kurz warten. Ja, haben wir. 162 war das Letzte. Ist es immer noch. Da oben ist eine Truppe, aber die sollte jetzt nicht so das Problem sein, oder? Machen wir mal weiter. Die marschiert jetzt nach unten durch. Kriegen wir die noch? Ich glaube nicht mehr, oder? Die laufen wir anders lang. Komm, der bleibt da. Macht keinen Sinn. Da hinterher zu laufen. Nehmen wir noch eine Einheit da. Eine da. Müssen uns auch stärken, ne? So, okay. Die können dann auch noch hochlaufen. Gut. Wir müssten jetzt gleich die Hauptstadt besitzt haben. Das wäre wichtig. Aber erst wird London fallen, oder? Jetzt war da oben was. Ich weiß gar nicht, wer da was wollte. Okay. Kommen wir da so rüber? Ja. Stoppen wir. Die Truppen ziehen wir da noch mit rein. Oder? 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 Auch da oben. Ne, ich glaube die marschieren... Ne, machen wir sie da zusammen und fertig. So. London ist gefallen. Das bedeutet... Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir wegkommen. Schauen wir mal erst mal, was die machen, ne? Die laufen definitiv hoch. Ja, lass uns kurz ziehen, das hat anders keinen Sinn. Die drei Truppen konnten abgeschnitten sein. Die lassen wir dann doch da oben erst stehen. Jetzt kommen die Franzosen wieder mit den 162 Talern. Ich will hoffen, dass wir das schaffen. Ja, sieht gut aus. Ja, die ziehen noch da rüber, das ist auch noch gut. Bleiben tatsächlich da oben stehen. Schottland besitzt und kontrolliert die Provinz. Was ist die Frage? Ne, da nicht lang. Hm. Wo marschieren die hin? So, die haben das befreit. Ja. Die. 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 162 gleich bleiben sind aber nicht übergesetzt nein sind sie nicht damit wir auch drauf aufpassen um die schiffe rüber das müssen wir die da drauf setzen das geht diesmal die haben wir da sogar rausgeholt ach so das war nicht das so wir müssen wieder hierhin ziehen gerade hoch wir müssen dann mit den leuten wieder darunter klicken bitte so weiter laufen lassen gehen das da oben befreit das irgendwie gucken dass wir das hinkriegen dass die darüber laufen ich glaube wir müssen das schiff wegziehen laufen so rüber nein sie laufen nicht drüber die drei können da nichts ausrichten lass die mal dahin laufen so jetzt machen die den zweiten turm weg das bedeutet jetzt sind doch mal da wieder hin und die truppen wieder hoch ist ein bisschen jonglieren jetzt ablehnen ok auch die 15 sind da ich dachte wir werden hier ok und was ist passiert kurz borsa um er wird von england besitzt das ist schon mal schön stabilitätseinbruch und das kommt 9 könig 4 4 3 ok 2 5 4 ok das geht auch noch und los geht's stopp jetzt wird schwierig setzt die mal über und die müssen aufschiff weiß nicht wo die hinlaufen weil die einen turm geholt haben unser agent wurde hier entdeckt anspruch haben wir schon diplomatie das mal auf jeden fall da haben wir noch die 162 widerstehen kriegsmütigkeit kann man auch schon wieder senken oh wir haben eine debatte im stuhl so da müssen wir mal genau gucken was da so steht kostentechnologie minus 50 kostenberater minus 10 zinsen das ist hier nicht schlecht aber ich glaube wir müssen das erste nehmen da kriegen wir sogar stabilität dazu das ist es definitiv die kriegsmütigkeit hört da auch auf 60 prozent haben wir schon was kostet uns das marine tradition ok administrative macht die nehmen wir schon mal 90 das geht so durch würde ich jetzt mal so sagen so die truppen auf dem schiff naja die würde ich jetzt auch gerade da lieber nochmal drauf holen gucken wo gehen die dresse mehr blockieren jetzt das wäre schön wenn die da mal rüber gehen würden wo laufen sie hin da so ja schwierig ne 162 ja ist von schottland besetzt wo laufen die jetzt hin hier unten erst die einheit ist wieder dahin gelaufen ok wird auch besetzt wäre schön wenn sie rüber gehen nach irland machen sie aber nicht können jetzt hoch wieder ziehen aber was bringt uns das dann laufen die auch wieder wir müssen die unbedingt auf irland drauf kriegen und da denn aufgenommen fünf prestig verlieren wir haben ne doch wir verlieren das prestig diesmal hatte anders keinen sinn ne heute haben wir genug brauchen wir nicht können wir so sein lassen ja die besitzen jetzt das erstmal wieder alles tendenziell neige ich dazu das mal gerade schneller zu machen wird besetzt wird besetzt das ist jetzt ganz schnell schaffen da dann gehen die nämlich auf der insel besetzt besetzt das ändert sich nicht von flandern ok das ist mit dem hinkrieg der kursose nix machen jetzt gerade ne lass weiter laufen das angebot der franzosen nehmen wir wie immer ab und weiter das ist alles besetzt sind es nur drei gleich gehen sie irgendwann rüber gut das ist auch jetzt haben wir nur noch zwei da unten provinzen die machen sie gerade auch noch kaputt schatten besetzt das runter machen und ruhen wie sehen die aus alles gut so das hat jetzt geklappt jetzt müssen wir unsere flotte hier runter nehmen erstmal und dann sollten wir auf irland rüber gehen ne armee organisator das ist jetzt nicht der am schiff gewesen ne ist jetzt auch egal erstmal lass die erstmal laufen die laufen nämlich jetzt hoffentlich darüber dann sind wir bald bankrott hier ne was für ne bilanz der ist weg so jetzt müssen wir da auf jeden fall hoch das ablehnen dann müssen wir mit unseren leuten da raus das waren die die kleiner geht dahin gut jetzt können wir mal gerade langsamer machen holster wird von schottland besetzt die zwölf ne die müssen jetzt nur noch ein bisschen laufen lernen machen sie es auch jetzt müssen wir es ganz schnell besetzen da ne solange beide seiten gelb sind kommen wir da nicht hin so so das bedeutet jetzt dass wir die mal ne lass die mal da die teilen wir und springen die hälfte dahin machen wir gerade pause rein das müssen wir wieder ablehnen genau und wir sind das mit dem bankrott das ist noch so ein ding ne noch läuft aber wie lange noch ne so so gucken wie weit wir kommen so die sind da das ist ja alles gut die sind da die sind da die müssen da stehen bleiben die reichen allerdings nicht aus sehe ich gerade um das zu besetzen ich weiß auch nicht warum die pause mit der leertaste nicht zu wenden ist momentan so gehen die roten ausrufungszeichen weg wenn die da drinnen stehen nicht wirklich kein anführer kein anführer wie wir haben kein anführer haben wir wirklich kein anführer das wäre jetzt richtig doof oder warum haben wir kein anführer tatsächlich verstorben also das den kann ich jetzt nach weil er nicht auf eigenem territorium steht geht das nicht so war das genau kind entdeckt das geht jetzt immer nicht weil das besetzt ist okay da kriegen wir jetzt ein darlehen von 30 dukaten die akzeptieren wir der staatsmann ist gestorben gut okay was hat er denn jetzt hier fernkampf okay machen wir gerade pause kriegsteuern verlängern ja da das geht schon mal so der dahin und die gehen wir auf den tower die bleiben schön da stehen der ist jetzt auch drinnen genau jetzt können wir das mal weg machen ablehnen so wie sieht es aus mit dem geld schlecht immer noch wahrscheinlich 13 das ist nicht gut so die laufen alle irgendwo hin jetzt müssen wir schnellstens unser land auf dieser seite befreien und die können nichts mehr machen momentan agent entdeckt also mit dem geld müssen wir gucken dass wir es in den griff kriegen hier so viele andere dinge auch immer noch immer noch immer noch ja unruhen wachsen auch zehn prozent okay da kann man noch mit leben wenn wir das frei haben dann geht schon mal voran gut die sind eingeschlossen wir müssen den turm jetzt mal hier langsam freikriegen ne eine entdecker idee nehmen wir mit weitere ideen gruppe okay immer noch 162 wir müssen endlich diesen turm freikriegen da passiert aber gerade irgendwie gar nicht so viel die können schon weiter ziehen ne okay 198 wie sieht es denn aus mit dem geld 11 162 ja die gehen nicht weiter ne wegen dem turm da wahrscheinlich alles klar ah ne ich möchte nicht dass die da weg fahren das wäre ganz fatal gerade gewesen ne gut das ist diesen turm jetzt hier ja jetzt brennt es endlich da kommt ein darlehens angebot das nehmen wir auch an franzosen ablehnen von england von england besetzt verlängertes darlehen okay das geht mit dem schiff ja da geht jetzt grad nix mehr ja oh das wird weniger und wir können hier noch eine neue gruppe machen ja und da müssen wir uns denke ich mal in der nächsten folge gedanken drum machen das lassen wir erstmal so stehen da müssen wir gucken was wir da machen kümmern wir uns in der nächsten folge drum und ich würde sagen erstmal für die runde soll es reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss